oh jetzt tricksen tricks 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 Holiday hat er? weiss keiner scheiße, jetzt ist die kohle grade automate Anzазыв Katzen ich bin mal wirklich verdammt cuando man trouble jagender Ich brauche wieder Kohle? Kriege ich jetzt die Kohle her? Ist natürlich gerade scheiße, ne? Übelst scheiße Naja Ja SSX reiner Konsolentitel PS3 Xbox 360 Gibt es nicht für den PC Wäre auch ein bisschen unpraktisch denke ich mal Das mit der Tastatur spielen zu können Jetzt wird natürlich jeder kommen Oh jeder normale PC Game hat ein Gamepad Ja Ist ja richtig Aber Man muss ja davon ausgehen, dass man mit der Tastatur spielt Davon müssen die Entwickler ja ausgehen Und der zufolge Ist nichts mit PC Version So Dann Guide los Ja Ja Digga Voll an den Heli drohen Und die Signatur kommt wieder Der kann gar nicht identisch sein Ja Trich Er ist die 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 Ey, das ist so geil, oh nehmus Scheiße, voll auf die Fresse gelegt. Alter, sieben Müller hat die da schon, wie soll ich denn das schaffen? Wie ist das denn? Die sind da noch nicht. Die sind da noch nicht. Was ist denn da? die alle verarschen wo bin ich denn gelandet zweiter platz, immerhin zwar nicht erster, aber wenigstens zweiter ah 10.000 nur seinen geoteca halten, ja komm ist doch gut jetzt dann behalten wir den, der da vorgegeben ist und gut ist kreise ey, so ein geiles board hier weil wir haben keine gold oben links 27.073 die tösten fliegen 3 abzug Wenn du auf Eis ohne Eispiegel gehst, wärst du einfach geradeaus. Selbst mit Eispiegel ist es schwierig, die wir nicht so halten. Dein Boost kann in Kurven übrigens auch hilfreich sein. Das ist schön. Das bringt mir aber recht wenig, weil ich nur einen blöden Ladebildschirm habe. Endlich. Wieder im Dunkeln. Boah, ich hasse das im Dunkeln sofort. Herr Flu, hier geht es nur darum, dass du vorgriffen und die Antwort in einem Stück. Aber das kriegst du schon hin. Können wir schon gebacken, würde ich sagen. Ein Stück? Aua! Hau mich doch nicht! Dauert einen Moment, bis ich den Eispiegel... Ach so, warten wir ja schon. Jojo! Hallo! Ja, hallo! Das ist gerade ein bisschen Scheiße hier. Scheiß Griff, alter! Piss dich! Was mach ich hier denn überhaupt fürn Scheiss. � loop probably, oder? W-o-o-o! Er beweg! Woii Scheiß Bäume! W-o-o! W-o-o! W-o-o-o! Piss dich! W-o-o! Die nächste Passage ist total zerein. Das ist schlecht für seine Schwünge. Achte auf seine Leine, sein Tempo. Meine Frasur. Boah! Boah! Boah, ein Puibe! Boah! Das mach ich nie für ein Scheiß! Das ist schön für den Sprung. Ich habe keinen Pickel gebraucht, also Eispickel, 11.000, klasse, ja nichts, ich brauche ein bisschen mehr. Die 11.000 da, das bringt mir ja Null. Na klasse, überleben. Ich, das Boot eigentlich momentan relativ scheißegal. Das ist schön für den Sprung. Ja, das ist schön für den Sprung. Oh Gott, die Dreck ist voll der Gefahrenheit, voll der Konzeption! Äh... Hä? Hey, meine Haare! Huch! War ich denn hier lang? Ich weiß ja gar nicht, wo ich lang muss. Ja, sagt die mir jetzt. Ja, hallo? Ich will doch... Oh, alter! Kann doch nie sein. Nochmal hier lang. So, nochmal ordentlich zurückspulen. Passt das. So. Ich versuch's. Äh... So. In der Passage wird das Schwingen schwierig. Adonation! Adonation! Gefahrenversucht, der Lichtsprung muss perfekt sitzen! Jooo! Der hat perfekt gesessen! Oh oh! 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 Ich bin kleiner, nicht so richtig. Aber... auch komplett falsch gesprungen. Ui! Nein! Alter! Ey, das ist wirklich arschschwer! Ohne Mist! Hier, also wenn du dich hier nicht konzentrierst, ey, dann bist du voll im Arsch! Acht auf deine Leid! Einzig Schritt! Ja, ich versuch's! Äh, ja! Nein! Ich wollte da drauf! Dumme Sau! Ui! Ui! Das war knapp! Ui! Nein, nein! Scheiße! Ich kann nicht mehr zurück spulen! Scheiße! Scheiße! Töckel! Ui! Dauervibration beim Controller! Das für ein Bug! Hallo! Ey, was soll der Scheiß? Ey! Ich kann die Arbeit richtig programmieren! Und nicht, dass der programmiert, äh, vibriert, wenn ich es gar nicht brauch! Ja, komm! Eine Deadly Descent wird nicht einfach her, egal ob du die fährst. Es geht darum, dass du besser wirst! Davon benutzt einig! Selbst wenn ich für die Sauber! Ja, Seasy, bleib mit dir und bitte! Das geht schon! Ja, bleib mit dir bitte! Lasse! Du bist ja lustig! Ja, gern tauschen! Ja, gern tauschen! Nö! Hallo! Ich hab gesagt springen! Du meinst da hoch! Alter! Nein! Ja komm! Boah! Alter! Alter! Boah! Okay! Lass mich runter! Du musst den was abbringen und wenn ich weiter auf der anderen Seite gekommen bin! Ja! Bleib rechts! Bleib rechts! Okay! So! Hä? Ja, ich versuche mit Absicht keine Tricks zu machen, weil das hier wirklich schwer ist, wie Arsch. Ja, nein. Äh, hallo? Was ist denn das für ein Scheiß? Ey, das habt ihr jetzt selber gesehen, dass das kacke war. Ey, er vibriert immer noch. Ey, vibriert immer noch der Controller. Was ist denn das für ein Scheiß? Hallo? Oh, ey, Alter. Ey, ist das schwer, Alter. Jetzt wird sich jeder sagen, äh, du stellst dich aber auch an. Ja, wir können ja gerne tauschen. Nach dem Motto, äh, ich habe das gleich beim ersten Mal geschafft. Ja, ja, ist klar. Boah, jetzt kann ich mich alleine. Scheiß, Sprüche kenne ich schon. Ja, ey. Ja, ey. Ich bin nicht, dass ich so bin, wie ich bin, aber das ist halt so. Boah, das gibt's ja nicht, Alter. Wieso bescheißt denn das Spiel mich so? Ey, Alter. Willst du mich verarschen? Ja, Alter. Scheiße, schwer, die kacke hier. Ohne Scheiß. Okay, du kommst gleich an den Sprung mit der rückten Spanke da hinterher. Du musst da so ziemlich weit springen. Flieg, vergesst. Ich wollte da drauf. Das ist ja beschiss. Genau da wollte ich drauf. Geht steil nach unten, bleib links. Nooo. Neu. Wollte ich doch nicht hin. Hui. Okay, rechts geht steil runter, bleib links. Bleib links, okay. Oh, jetzt bin ich doch rechts. Links und ihr geht gleich weit nach unten. Bleib in der Mitte oder rechts und achte auf deine Leicht. Ey, das gibt's nicht, Alter. Hallo. Ja. Alter. Ich war doch fast schon durch. Scheiße, Mann. Sie brät das schon wieder. Ey, das geht mir so was voll gerade auf den Piss, Alter. Nein, ich will es nicht überspringen. Wann soll ich das überspringen? Ey, scheiß Lade. Wieso muss denn der jetzt nochmal laden? Ehe, verstehe ich echt nicht bei dem Spiel. Ey, sorry, ich mich auch frege, aber das Wind ist gerade so scheiße schwer. Okay, konzentrier dich und denk dran. Die im SSX zählt auf dich. Ja, ist ja gut. Geben die offens Keks. Da vorne wird Spiegel glatt, sei also mit deinen Schwungen vorsichtig. Ja, ja. Passt schon. Du willst jetzt auf 1, 6 Uhr? Ja, ist ja gut. Boah, ey, Alter. Boah, gibt's doch nicht, Alter. Jetzt sind wir gesprungen. Auf der anderen Seite ist die Spaß. Ich bringe nicht zu kurz. Und los. Hul. Boah, Alter, verdammt. Ach, das gibt's ja nicht. Ey, Alter, ich schaff das nicht. Ich krieg ja ein zu viel. Ja, ich soll dir vertrauen, aber vertraue ich da der Richtigen. Verzichte bei der Linkse, bis wir die Suchen umflutigen. Ja, ja. Fast schon. Alter. Ey, volle Konzentration. Ohne Mist. Der nächste Spruch ist gewaltig. Mach keine Fehler. Ist ja gut. Ja. Ey. Das gibt sich. Ja. Feise, Mann. Die Hälfte erst. Na klar. Ey, nee. Hallo. Ey, mir reicht. Komm schon, Alex. Dafür hast du die Gatteszeit trainiert. Was ist passiert? Ja. Sack. So was schweres, Alter. Das gibt's ja nicht. Hey Leute, Atomica hier mit einem kleinen Update zum Rennen um die Deadly Descents. Sieht aus, als hätten die krassen Stunts des rebellischen Draufgängers Griff Simmons die Menschen weltweit in ihren Bann gezogen. Er fasziniert die Leute mit seinen unglaublichen Fähigkeiten. Und lässt SSX ordentlich Schnee fressen. Ich frage mich, ob Team SSX noch ein Ass im Hermel hat. So, aber ich mach für die... Äh, hallo? Was ist jetzt? Hä? Ja. Hallo. Hast du jetzt kaputt? Hä? Ich mach überhaupt nichts. Und automatisch. Ja, und jetzt kann ich bewegen. Klasse. Äh, nee. Ich mach für die heutige Session erstmal. Feierabend. Weil ich hab grad... Äh, nee. Ist mir grad ein bisschen zu viel geworden. Ohne Mist. Sorry Leute, aber ich mach für die heutige Session erstmal. Feierabend. In diesem Sinne. Bis. Morgen. Ciao, ciao.